Guten Abend, Herr Pistorius. Guten Abend, Frau Wellmer. Haben Sie dieses neue Modell heute freiwillig vorgestellt oder war das eine Pflichtveranstaltung für Sie? Das war eine freiwillige Veranstaltung, allerdings eine, die sich in Zwängen bewegen hat, auf die wir keinen Einfluss haben. Der limitierende Faktor Nummer eins ist die Frage, wie viele Kapazitäten haben wir, um Wehrdienstleistende über diejenigen, die heute schon kommen, auszubilden. Daran hat sich alles ausgerichtet. Geht es da um die Kapazitäten strukturell oder auch um die Kapazitäten in der eigenen Partei? Die eigene Partei hat mit diesem Modell gar kein Problem, weil wir angesichts der Kapazitäten zunächst davon ausgehen dürfen und können, dass wir genügend Freiwillige finden werden, die ausreichen, um die Kapazitäten zu füllen, die wir haben. Wir müssen anfangen, deswegen jetzt die Eile. Wir können nicht warten, bis wir eine Diskussion führen über eine allgemeine Dienstpflicht oder auch über die natürlich naheliegende Frage der Wehrpflicht von Frauen. Beides bedeutet eine Grundgesetzänderung, beides dauert länger. Und ich muss jetzt aber den Einstieg haben, um anfangen zu können. Das ist zu verstehen, da kommen wir auch gleich noch drauf, gerade auf die Frauen. Nur weil viele Leute sie ja auch vor Monaten schon reden gehört haben und einen ganz anderen Eindruck gewonnen haben. Entgegen der eigenen Haltung, Kriegsertüchtigung, jetzt dieses Leitmodell vorstellen zu müssen, weil auch die eigenen Leute nicht mitmachen wollen. Gerade angesichts eines großen Krieges in Europa, einer echten Bedrohungslage. Wie schwer fällt Ihnen das jetzt? Ja, ich muss Ihnen da widersprechen. Das ist wirklich für mich das Hauptproblem. Ist nicht meine Partei oder die Koalitionsfraktion, die diesen Weg mitgehen. Naja, Frau Essen hat gestern noch von einer Freiwilligkeit und von einer Selbstständigkeit gesprochen. Auf die können wir ja auch setzen. Von der können wir ja im Augenblick noch ausgehen. Ich sag's nochmal, wir brauchen eine Aufwuchsfähigkeit bei der Reserve. Reserve bildet sich gewöhnlich aus den Menschen, die einen Wehrdienst geleistet haben. Ja, wir müssten die Wehrpflicht eigentlich auf Frauen ausdehnen. Würde uns aber auch in der Zahl nicht helfen. Das wären mehr, aber immer noch viel zu viel mehr, als wir eigentlich Kapazitäten haben. Die Kapazitäten sind der limitierende Faktor und nichts anderes. Was in vier, fünf Jahren sein wird, wenn wir die Kapazitäten aufgebaut haben werden, steht auf einem anderen Blatt. Wir müssen uns aber sputen und gleichzeitig diejenigen in den Blick nehmen, die vor etlichen Jahren ihren Dienst geleistet haben und inzwischen zu einer Reserve gehören, für die es gar keine Wehrüberwachung mehr gibt. Genauso wie es keine Wehrerfassung mehr gibt. Auch das muss man sich ja vorstellen. Wenn morgen der Verteidigungsfall eintrete, könnte ich nicht mal sagen, wen ich mobilisieren kann, weil die Erfassung damals mit der Aussetzung des Grundwehrdienstes gleich mit abgeschafft worden ist. Deswegen liegen da gerade unsere Probleme und weniger in der Frage, ob wir eine Pflicht brauchen oder nicht. Wir brauchen Wehrdienstleisten und die kriegen wir in der Zahl, in der wir sie brauchen. Die ganze Wehrerfassung, die Sie gerade schon angesprochen haben, muss neu aufgesetzt werden. Abgeschaffte Strukturen, also Kasernen, Munition, Personal, es muss alles neu aufgebaut werden. Und das alles soll mit 1,4 Milliarden Euro aus dem Haushalt zu stemmen sein. Wirklich? Nicht ganz. 1,4 Milliarden ist in etwa das, was uns 5.000 zusätzlich Wehrdienstleistende mit allem kosten. Damit ist aber vor allen Dingen die Frage des Wehrsoldes und der Infrastruktur und Ausstattung gemeint. Und mit jeden 5.000, die dazukommen, wird das logischerweise etwas mehr. Aber das ist alternativlos. Und wir werden, wenn wir das Gesetz rechtzeitig fertig bekommen, im Frühsommer nächsten Jahres, nächstes Jahr beginnen. Für nächstes Jahr werden es sicher noch nicht 5.000 sein können, weil das halbe Jahr dann rum sein wird. Aber wir werden dann beginnen und für nächstes Jahr reicht das Geld im Haushalt. Ab 26 wird es dann etwas obendrauf geben müssen, weil wir keine Alternative dazu haben, die Aufwuchsfähigkeit sicherzustellen. Was kommt denn, wenn das Modell nicht funktioniert, wie Sie sagen und wie Sie jetzt schön ankündigen, auch schon fürs kommende Jahr? Dann wirklich eine echte Dienstpflicht, die Sie ja eigentlich ohnehin wollen? Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich wie der Bundespräsident auch eine Diskussion für notwendig halte über eine allgemeine Dienstpflicht, wie auch immer geartet. Genauso bin ich wie alle anderen übrigens, glaube ich, mehrheitlich im Land der Auffassung, dass wir eine Wehrpflicht dann auch ausdehnen müssen auf die Frauen. Wir haben nur das Zeitproblem, dass wir ein knappes Jahr vor der Sommerpause, vor der Bundestagswahl nächstes Jahr stehen. Und das ist einfach keine ausreichende Zeit, um eine solche Debatte zu führen. Okay, das heißt jetzt kurz gefasst, das ist jetzt die Minimalvariante, die Sie anschubsen können und Ihr Nachfolger dann dem herzlichen Glückwunsch, weil der kann dann die große Debatte führen? Naja, im Zweifel und darauf setze ich ja, bin ich mein eigener Nachfolger und dann werde ich diese Aufgabe natürlich fortsetzen und mit großem Vergnügen, weil es eine ganz wichtige, zentrale Frage ist. Und ich würde es nochmal sagen, diejenigen, die jetzt kritisieren, dass das zu wenig ist, sind oft diejenigen, die zu verantworten haben, dass wir nicht mehr die Kasernen und die Ausrüstung haben, um Wehrdienstleistende auszubilden. Damit steigen wir jetzt wieder ein und wir müssen leider bei null anfangen. Zur praktischen Umsetzung, Herr Pistorius. Was ist mit denen, die den Fragebogen nicht ausfüllen sollen, zum Beispiel, weil die keine Daten rausgeben wollen? Die kriegen dann ein Bußgeld, heißt es. Was ist, wenn sie das nicht zahlen? Wie geht denn das weiter? Die Mittel sind ja bekannt, das gab es früher auch, wenn es um Musterung ging. Da gibt es klare Verfahren nach dem Verwaltungsverfahrensrecht. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das ist eine simple Verhängung eines Bußgeld mit entsprechenden weiteren Sanktionen. Das wird gesetzlich ausgearbeitet werden. Das ist kein Neuland und deswegen auch nicht kompliziert. Okay. Wann wollen Sie denn die insgesamt 460.000 Leute mindestens zusammen haben, die Deutschland verteidigen können, sollen? Das wird noch ein Weg sein. Wir gehen davon aus, dass wir das in den nächsten, je nachdem wie viel wir auch gewinnen können, aus der nicht mehr erfassten Reserve, also Soldatinnen und Soldaten, die früher Wehrdienst geleistet haben, beides zusammen 200.000. Dafür werden wir sicherlich brauchen bis Anfang 30er Jahre. Vielen Dank für dieses Gespräch, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Danke. Sehr gerne, Frau Wehrmer.